Hallo, mein Name ist Matthias Kunze und ich bin Sport- und Geografielehrer am Holzland-Gymnasium. Ich arbeite seit zwei Jahren hier und ihr habt hier wunderbare Bedingungen in einer wunderschönen Turnhalle vorzufinden, wo man ganz viele unterschiedliche Sportarten auch durchführt. Nebenbei haben wir auch noch einen hervorragenden Außensportplatz, wo wir dann viele leichtathletische Disziplinen absolvieren werden, aber auch andere Sportarten. Nebenbei, es gibt auch demnächst einen neuen Kunstrasenplatz, auf dem wir uns dann auch bewegen können. Ja, das Fach Geografie ist auch ein sehr schönes Fach, was man nicht in der Turnhalle macht, sondern drüben im Schulgebäude, wo wir auch an verschiedenen Wettkämpfen mittlerweile teilnehmen, was mir besonders am Herzen liegt. Ich freue mich, euch demnächst bei uns an der Schule begrüßen zu können, um euch die Welt zu zeigen und mit euch mich sportlich zu betätigen.